Ich will doch raus, sechs. Akupol, da draußen, die ganze Leid, ich bin auch gar nicht mehr rausgehe. Ich bin doch den ganzen Tag noch im Haus, ich will doch gar nicht mehr rausgehe, jetzt wieder hin. Ich war doch noch nicht draußen. Ach, Herrgott. Akupol, da der Himmel ist, alles so weit, da draußen, ich nicht gerne mal rausgehe, Mutter, da bitte raus, du bist jetzt nicht. Mutter, ich habe die Idee, ich nicht gerne mal rausgehe in die Waldwelt, mal gucken, wie das so ist. Ich habe doch so viele Ideen, ich habe so viele Ideen, ich muss mich mal rausbringen aus dem Haus. Nein, da passiert noch was, was da oben liegt. Ich habe doch so Liedstimme, das werde ich gerne mal draußen singen. Ich habe jetzt schon recht, Vater. Ich habe doch so viele Ideen, was soll ich denn machen mit dem ganzen Zeug, was soll ich denn machen? Ich gehe jetzt raus, ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Man kann es mir nicht mehr sagen, Mutter hat das nicht immer noch. Das liegt doch keiner her, das ist doch ich. Sag du nicht zur Sache, ich will einfach, ich gehe jetzt einfach. Er wird schon recht, Vater. Er wird schon recht, Vater kommt in die Tür, weil ich gerade wirklich bin. Meine Sehnsucht sollst du stillen und für meine Leere stillen. Lege ich hier auf der Ware, wenn du streichelst meine Haare, bleibe ich hier noch länger liegen. Dann kommst vorbei und lass mich fliegen. Lass mich fliegen. Fliegen! 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 Wer fühlt fliegen? Meine Zeit! Fliegen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020